Wenn man Basisprozesse an ein externes Werkzeug auslagert, um sich selbst höherwertigen Prozessen widmen zu können, dann nennt man das Computational Offloading. Auch an KI-Systemen kann man bestimmte Basisprozesse auslagern, wie beispielsweise das Formulieren eines ersten Texts, um sich dann anschließend höherwertigen Fragestellungen widmen zu können. Das ist natürlich auch sehr gut für die Lehre. Man kann so Aufgaben auf einem höheren Niveau stellen, die die Studierenden bearbeiten sollen, weil sie gleichzeitig bestimmte Basisprozesse auslagern können. Das ist aber auch nicht unproblematisch, weil die Studierenden könnten sich fragen, warum sollen wir denn überhaupt die Basisprozesse lernen, wenn man sie ganz einfach an ein KI-System abgeben kann? Dass die Studierenden auch Basisprozesse lernen müssen, ist klar, denn man kann ja nicht einfach die Basisprozesse überspringen und gleich zu höherwertigen Kompetenzen übergehen. Ein schönes Beispiel ist das Cockpit. PilotInnen müssen trotzdem lernen, manuell ein Flugzeug zu landen, selbst wenn das System das automatisch kann. Schließlich müssen sie immer überwachen, ob das System das Richtige tut und manchmal fällt so ein System auch aus. Aber wie motiviert man Studierende dazu, Basiskompetenzen lernen zu wollen, wenn man diese an KI-Systeme abgeben kann? Vermutlich werden viele Lehrende das Prüfungsargument zücken. Denn wenn man am Ende in der Klausur ohne Hilfsmittel den Prozess selbst durchführen können muss, dann wäre es ja unklug, im Lernprozess dafür KI-Systeme eingesetzt zu haben. Eine andere Möglichkeit, Studierende zu überzeugen, ist, indem man inhaltliche Argumente bringt. Also wir als Lehrende müssen jetzt überlegen, warum ist es denn wichtig, dass Studierende diese Prozesse lernen und diese Gründe müssen wir auch kommunizieren. Und eine dritte Möglichkeit ist, die Studierenden die entsprechenden Basiskompetenzen in der Präsenzveranstaltung lernen zu lassen. Dort können sie nämlich gemeinsam mit den anderen Studierenden die entsprechenden Prozesse ausprobieren, einüben, sich gegenseitig helfen, unterstützen. Und die Dozentin ist anwesend, kann herumlaufen, helfen, Fragen beantworten. Also im Inverted Classroom beispielsweise können diese Prozesse auch dann in der Präsenz durchgeführt werden. Und da hat man nicht so die Möglichkeit, KI-Systeme einzusetzen. Und da hat man nicht so die Möglichkeit, die Studierenden die Präsenzveranstaltung zu haben.